Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem kleinen Video. Es ist irgendwie richtig geil, aber auch irgendwie scheiße. Ich habe Deadlock geschafft, aber habe es nicht auf Aufnahme. Das ist schon bitter. Ich werde zu größer mal One Attempt, aber werde ich eh nicht schaffen. Aber wenn ich schaffe, wäre es schon nice, aber ich werde es halt eh nicht schaffen. Und ja, dann ist es halt schon scheiße, wenn ich auf Aufnahme habe. Ich habe es halt geschafft. Ich bin im Discord vorne richtig ausgerastet. Ich habe so gesagt, yo, ich habe es geschafft. Und vielleicht schaffe ich das hier nach One Attempt, aber nein, sie seht ihr, ich verkacke. Und ja, das war es eigentlich auch schon bei dem Video. Leider keine Aufnahme. Ich werde auf jeden Fall Deadlock nochmal durchzocken. Im Stream einfach mal zocken oder so. Und ja, ich sage, war es das. Ciao.